Hast du zufällig ADHS? Und hast du zufällig Schlafprobleme? Ja, habe ich. Und ich habe tatsächlich sogar ein Buch dazu geschrieben. Hi, mein Name ist der Tobi. Ich habe auch ADHS und ich habe sehr lange mit Schlafproblemen zu tun gehabt. Habe es immer noch so ein bisschen, aber ich habe es deutlich in den Griff bekommen. Und man findet kaum gute Literatur dazu, noch weniger guten Content dazu. Deswegen guckt euch auf jeden Fall mal das Video vom ADHS-Viking an. Mega gut gemacht. Auch alles richtig, was er da drin sagt. Und ja, wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen willst, dann kannst du dir jetzt mein Buch kaufen im Handel. Jeder Buchhandlung kannst du es hier bestellen. Einmal als Printbuch, aber auch als E-Book. Und ja, ich hoffe, es ist okay, dass ich dein Video jetzt kurz für eigene Werbezwecke genutzt habe. Aber ich bin total stolz und happy über mein Buch. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein Thema, was total wichtig ist und wo es wenig gute Sachen zu gibt. Und ja, schaut mal rein. Ah ja, typisch ADHS habe ich natürlich vergessen zu sagen. Am Samstag, den 6. Mai, um 11 Uhr, habe ich ein kostenloses Webinar, wo ich mein Buch vorstelle. Und auch kostenlose Tipps zum Thema Schlaf und ADHS gebe. Und vielleicht ist es interessant für dich. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite adhs-tobi vorbei. Da kannst du dich anmelden und ich freue mich, dass wir uns eventuell live sehen. Bis dann.